So, und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu FIFA 18, The Journey mit Alexander. Also, wenn du in der Premier League so spielst wie auf der Tour, dann haben wir gute Chancen. Danke fürs Vertrauen, Boss. Alles klar, das war das erste Kapitel, das Leben. Okay, es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kapitel. Machen wir weiter. Gut, dann sind wir wieder zu Hause. Das ist auch in Ordnung. Jetzt habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts gegen. Und wir spielen im ersten Spiel gegen Totten im Hotspur. Kapitel 2, wieder im Schäft. Okay, eine neue Saison, ein paar neue Gesichter, gibt viel zu tun. In dieser Saison müssen wir noch härter kämpfen, härter arbeiten. Jeder Punkt entscheidet in dieser Liga. Also, geht aufs Feld und zeigt mir und dem Coach, wie bereit ihr seid. Kommt schon. Kommt schon. Ich würde sagen, dass wir sehr bereit sind. Auch wenn wir erstmal nur ein Auswechselspieler sind. Aber wir sind sehr bereit. Wir warten auf unseren Einsatz. So, unsere Kapitelaufgaben sind, erziele im ersten Premier League Spiel ein Tor und holen den ersten drei Spielen mindestens 6 Punkte. Okay. Mindestens ein Unentschieden. Okay, ich bin gespannt. Wie viel steht es denn? 1 zu 1, okay. Also einfach das Ergebnis halten. Aber wir wollen ja im ersten Spiel ein Tor machen. Das sind ja unsere persönlichen Ziele. Und daher streben wir natürlich diese an. Harry Kane, der von Bournemouth wieder nach London gewechselt ist. Weil ja in FIFA 17 noch zu uns kommen. Da ist es zu uns gekommen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Aber nicht gut genug. Das sah nicht gut genug aus. Ja, Danny Rose. Ja, jetzt Hunter gegen Rose. Den hat Hunter. Spielt aber genau auf den Verteidiger. Und jetzt Harry Kane. Der ist durch. Der ist durch. Bringt ihn in die Mitte. Aber es ist nicht so gut. Er bekommt doch nicht den Ball. Ja. Das war nicht gut von uns. Sechs Ballkontakte, Alexander. Schon 602 Meter gelaufen, aber noch kein Tor gemacht. Seit dem Ball haben wir uns jetzt geschnappt, aber auch wieder verloren. Ja, der Ball sieht schön aus. Und Hunter hat ihn. Hunter hat ihn. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Was für ein Pech müssen wir denn haben. Der war auch noch abgeblockt. Der Ball ist erst mal weg. Und den haben jetzt die Spurs. Ja, zwei Kampfhalten von Hunter war schon gut, aber brachte er am Ende nicht wirklich viel ein. Ja, jetzt die Gefahr hier über Danny Rose. Bringt ihn auf Heumings, Son. Verzongen. Verzongen. Wer hier weit nach vorne gekommen ist. Sissoko. Gute Gelegenheit. Aber es war am Ende nicht gut genug. Nur eine Minute. Und er pfeift ab. Das Unentschieden war da, aber das Tor, das fehlte. Am Ende nicht ausreichend für irgendetwas. Nee. Aber hey, gegen die Spurs Unentschieden zu holen, ist kein schlechtes Ergebnis. Das definitiv nicht. Da gibt es schlimmere Ergebnisse. Da gibt es deutlich schlimmere Ergebnisse. Ich wollte nur die Kamera umstellen. Achso, und noch ein Spiel einstellen. Ähm, Koop. Ja, fester Spieler. Dann auch Koop. Danke. Gut. Bist du immer noch dran? Meine Deadline ist morgen. Wenn du erstmal gegessen hast, geht alles viel schneller. Glaub mir. Michael. Ich habe Neuigkeiten für dich. Jim, Catherine. Michael, es gibt Frühstück. Nimm dir einen Kaffee. Na, da sag ich nicht. Hey, was ist denn los? Es sieht so aus, als ob bei der Tour einige auf dich aufmerksam geworden sind, Alex. Was mich nicht überrascht, so wie du deine Spiele dominierst. Wer? Also, ich hatte ein paar sehr interessante Gespräche mit Vertretern europäischer Top-Clubs. Bayern, PSG, Atletico. Oh, und ich hatte gerade ein nettes Telefonat mit jemandem von, äh, Trommelwirbel, bitte. Los Blancos. Du spinnst. Real Madrid? Real Madrid. Du hast in den USA wohl etwas auf dich aufmerksam gemacht. Es war alles noch im Anfangsstadium, aber Real will ich noch vor der Transfer-Deadline verpflichten. Das ist riesig. Besser geht's nicht, Alex. Mega-Stars, Mega-Spiele, Mega-Verträge. Im Ernst jetzt? Also, du weißt doch, wer meine Jugendidole waren, Michael. Raúl, Roberto Carlos und Zidane. Komm schon. Laut Agent ist fast alles in trockenen Tüchern. Ist eine Ehre, klar. Aber du bist gerade mal 18, Alex. Das ist ein Traumtransfer, klar. Aber der Druck wäre enorm. Du kennst doch in Madrid überhaupt niemanden. Und die Startelf? Die wirst du erst mal vergessen können, Alex. Du bekommst in deiner Karriere noch viele Chancen. Im Moment ist das zu riskant. Und deine Fans? Vergessen das sicher nicht. Nicht so eine Nummer. Das weiß ich doch. Aber das ist vielleicht meine einzige Chance. Denk immer an Dad. Hey! Sag sowas bitte nie wieder. Du bist nicht Harold. Natürlich ist das überwältigend. Aber wir müssen schnell handeln, sonst laufen wir Gefahr, dass sie ihre Meinung ändern. Also gut. Wenn Michael zustimmt und es genau das ist, was du willst, dann... Was sagt dein Herz dazu? Also, davon habe ich schon als kleines Kind geträumt, Mom. Wie könnte ich da Nein sagen? Okay, wir werden ein paar Tage für die Details brauchen. Aber bis dahin solltest du in den ersten Saisonspielen noch eine Schippe drauflegen. Alles klar? Dann steigt die Ablöse vielleicht noch weiter. Real Madrid! Sehr gut. Okay. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von FIFA 18. The Journey. Bis dann. Haut rein. Und tschüss. Leitungen nach vorne aus dem Liquprehenden Sie Website. uncle solitarymark zu hal connectors zu tun professionals. Denn patreon casting pictures haben. Vielen Dank.